Ich möchte ein Konto eröffnen. Hier ist mein Pass. Und hier ist meine Adresse. Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen. Ich möchte Geld von meinem Konto abheben. Ich möchte die Kontoauszüge abholen. Ich möchte einen Reisescheck einlösen. Wie hoch sind die Gebühren? Wo muss ich unterschreiben? Ich erwarte eine Überweisung aus Deutschland. Ich erwarte eine Überweisung aus Deutschland. Hier ist meine Kontonummer. Hier ist meine Kontonummer. Ist das Geld angekommen? Ist das Geld angekommen? Ich möchte dieses Geld wechseln. Ich brauche US-Dollar. Ich brauche US-Dollar. Gibt es hier einen Geldautomat? Gibt es hier einen Geldautomat? Wie viel Geld kann man abheben? Welche Kreditkarten kann man benutzen? Welche Kreditkarten kann man benutzen? Gibt es? Gibt es hier ein Geld? Untertitelung des ZDF, 2020